Papa, hast du Zeit? Uff, nie Schatz, leider nicht. Ich muss hier ganz schnell diese Eisenbahn bauen. Wirklich? Ja, ich muss wirklich ganz, ganz schnell diese Eisenbahn bauen. Ja, dann geh doch eine Etage höher bauen. Warum soll ich eine Etage höher bauen? Das ist anscheinend die höchste Eisenbahn. Ja. Tag, ich bin aus Berlin. Ich grüße euch. Ja, das Video musste ich ein bisschen einschieben, denn erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ich wurde nämlich so eine Art gedrängt gebeten, doch mal schnell, schnell ein Set zu testen. Wie ist es? Wie ist es nicht? Ja, und da habe ich mich natürlich breitschlagen lassen und wie gesagt, natürlich stürze ich mich ins unbekannte Abenteuer und teste für jemanden und doch für euch und am Ende für die Welt ein Set, was eigentlich schon ein ziemlich alter Hut ist. Und zwar, husch, husch, die Eisenbahn. Werden wir mit zur Homa fahren? Kasi. Und als ich gehört habe, ich muss Kasi-Zügel testen, da hatte ich ein bisschen Angst, denn Kasi... Ich habe jetzt noch eine Sprache gehört, aber auch nicht negative, das ist so ein bisschen... Kasi kann immer alles sein. Ähm, ich sage hier immer Kasi, Kasi, Kasi. Kasi mir, Kasi mir, Kasi mir, gab es da nicht mal so ein Buch mit so einer Katze, die Kasi mir hieß? Äh, wir driften ab. Nicht wundern, dass hier Steinschenshop steht. Dieser Zug hier ist von Kasi. Ähm, so wie ich den Glück bekommen habe, kann man zu Kasi gehen und sagen, hallo, mein Name ist Bricklord Johnson und ich möchte gerne diesen Zug hier und ich möchte, dass da oben nicht Steinschenshop oder sonst was steht, sondern Bricklord Johnson. Dann sagt Kasi, wahrscheinlich, also hab ich's gehört, ja, sagen sie, pass auf, kein Problem. Nimmst du uns, weiß ich, hier 1000, 5000 Einheiten ab und dann schreiben wir darauf, äh, Bricklord Johnson. Und dann kann man das machen. Deswegen gibt's diese Züge auch bei Steingemachtes. Der Torsten, äh, hat die Dinger auch einfach bei Kasi angerufen. Ich hätte gerne und hat Kasi auf die Art, kein Problem. Deswegen steht bei denen auf den Zügen, äh, bei seinen Zügen Steingemachtes und hier hat wohl der Steinchenshop, äh, Inhaber, wer auch immer, gesagt, du, pass auf, Kasi, genau das gleiche. Deswegen steht hier Steinchenshop drauf. Und Kasi ist da auch sehr, ähm, sehr pfiffig. Denn, ihr seht hier vorne einen roten Zug. Und wenn ich die Packung umdrehe, habe ich einen blauen Zug. Und jetzt, äh, ist natürlich die Frage, was ist hier drinnen? Aber da hat Kasi uns auch hier, also in der Decke, an der Seite, an der Front, jedenfalls hier, bei diesem Zug der ST 97010 einen gelben Punkt, den er macht. Jetzt weiß ich, in diesem Karton ist der rote Zug drin. Also, so ist die Theorie. Wir gucken gleich rein, ob das stimmt. Äh, dann gibt's hier wohl einen Schienenkreis dazu. Äh, Weichen, ja, ein bisschen schnicki-schnacki. Und natürlich, ich kann euch mal zeigen hier, auf der anderen Seite, wo kein Punkt ist, wenn da ein Punkt wäre, dann wäre der blaue Zug. Ich glaube, den hat der Thorsten auch schon mal vorgestellt. Ich kann mich erinnern, da da nicht geklärt war, was das ist, das muss ich noch in der Anlage. Ob der rote Zug von irgendjemand schon mal irgendwo vorgestellt wurde? Ich weiß nicht. Züge ist ja nicht so meine Baustelle. Also jetzt, dass ich jetzt eine besondere große Liebe dazu habe. Ich baue jetzt hier auch keine auf. Also, ich habe ja mal den Mallard Express gebaut. Dann diesen Schnellzug von Mold King. Dann diese BR Schlag mich tot, schwarze Dampflokomotive und von G-Star Anzug. Alt-Merkel, das wird hier schon mal ein fünfter Zug. Ich habe doch irgendwas mit Zügen am Hut. Na gut, das hier ist ja eine Auftragsarbeit. Sonst noch? Ach ja. Ach ja. Ach ja. Dazu gibt es so eine Batteriebox. Die kann vorwärts und rückwärts fahren. Die ist hier nicht mit Funk, sondern da ist oben so ein Knopf. Den drückst du rein und dann fährt der Zug nach da. Oder er fährt nach da. Oder er fährt nach da. Wo? Gut. Ich werde den jetzt aufbauen, da das alt ein bisschen fix gehen muss. Wie gesagt, ich habe noch eigentlich einen ganz wilden Plan mit Zuban und G-Star und Leiji und Mock. Und ja, an der Stelle jetzt natürlich im Dienste des Konsums für jemand anders im Zuge der Wissenschaft werde ich jetzt einfach mal diesen Steinschäden, nee, Kasi-Zug einfach mal durchtesten hier. Und mal gucken, wie der so ist. Ja, wir haben hier so eine extra Verpackung. Der war auch schon mal irgendwie auf. Der war auch schon mal, da wurde irgendwie diese Batteriebox entfernt. Das ist praktisch so eine Art Ersatzteillager. Und derjenige, der mir gesagt hat, pass auf, testet das. Der sagt eigentlich, er will nicht mit Kasi-Zügen zu tun haben, da die in seinen Augen störenfällig sind oder nicht so gut sind. Na gut. Und jetzt hat er halt gesagt, so, pass auf, Sascha, du bist ja zum Opfer, du testest den durch und dann lassen wir uns mal überraschen. Oh, ich sehe hier, warte, ich sehe hier, warte, ein Zettel. Ah, Hinweise zur Steuereinheit. Maximum RC GmbH aus Bocholt. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Achtung, Achtung, jetzt haltet euch die Ohren zu, wer gleich knirscht ist. Ach so, viele verschiedene Kombinationen möglich, bla bla bla, kompatibel mit den Schienen des Marktführers. Ich suche gerade die Teileranzahl, äh, 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 ach mal, äh, pfff. Da hatte ich einfach nicht mehr recht für die Teileranzahl. Oder, äh, hat sie für mich bei der Brille nicht mehr recht? Ne, ich sehe hier keine Teileranzahl, ich sehe hier keine Teileranzahl. Batteriebox an und aus, nö, seht ihr hier irgendwo Teileranzahl? Oh, ich musste das Ding heute noch fertig bauen, ich sitze wieder den ganzen Abend da dran. Ne, steht nicht da. Gut, ja, ich baue trotzdem zusammen. So, wir gucken mal jetzt hier in die nächste Box. Gucken wir, dass die Anleitung drin ist. Vielleicht steht der Teilteil... Oh, ich sehe Schienen und ich sehe eine Anleitung. Und so, wie es aussieht, haben wir auch den roten Zug. Ne, das macht doch Freude auf mehr. Ah, Alter. Vielleicht hat das Geld bei mir nicht mehr für die Brille gereicht. 960 Steinschen. Alter, wer schreibt dann bitte 960 Steinschen drauf? Dann könnt ihr das kleine Lokomotivchen bauen mit den kleinen Steinschen und dann habt ihr Schienchen und dann macht die tuff, tuff, tuff. 960 Steinschen. Ja, ähm, gut. Ich baue das jetzt auf. Ah, ja. Dann bin ich irgendwie ein Mega, diese riesen Anleitung hier haben. Wir bauen zuerst das Auto, dann bauen wir den ersten Anhänger, dann bauen wir den zweiten Anhänger, dann bauen wir den Tender, dann bauen wir die Lok und dann bauen wir den anderen. Okay, ich werde mir jetzt mal... Ah, stimmt, 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 stimmt. Da hinten, ich halte es mal so rein. Es gibt noch mehr Züge von Kasi. So, dann stürzen wir uns mal ins Abenteuer. Die Tüten haben Nummern. Das finde ich schon mal gut. Ist für mich wohl das erste Mal, ich habe noch nie Kasi gebaut. Ich hatte immer früher so ein bisschen auf ihre Kasi-Panzer geschielt. Die hatten da ein paar schöne, also in meinen Augen schöne. Aber ich habe es dann irgendwie nie gemacht und ich weiß das auch mal... Wo habe ich die denn mal gesehen? Aber ich habe mich schon mal getraut. Ach, Modbricks war das genau. Bei Modbricks gab es mal diese Kasi-Panzer und die waren noch nicht so teuer, aber irgendwie habe ich mich dann doch nie... Formteil, finde ich super. Je mehr größer die Teile ist, desto weniger muss ich bauen. Hm? Geil. Also bei der Formteilgröße würde Lego schon 4 Plus heranschreiben. So, die Schienen packe ich mal zur Seite. Ich glaube, die Schienen werde ich nicht aufbauen. Vielleicht mache ich hier mal so einen kurzen Streifen, damit wir sehen können... Ne, wo wäre die fett? Egal. Ich baue jetzt die Quatsche wieder. Wir haben noch nichts gemacht und die Quatsche und die Quatsche und die Quatsche. Die Quatsche und die Quatsche. Meine Frau beschwert sie auch immer, dass ich immer zu den ungünstigsten Momenten einfach losquatsche. Ist leicht. Ich baue jetzt. Der Kasi-Zug ist fertig. Der rote Bücher-Zug. Den stelle ich euch gleich vor. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem zuhören. Dem Spiel zuhören. Denn, das sagt man gleich vorweg, ordnet das hier als Spielset ein. Und das funktioniert auch damit super. Dann hat hier ein paar Funktionen. Mal ein bisschen von der einfach coolen Grundfunktion Zug zu sein. Auch ein paar schöne Spielfunktionen. Als erstes auch in der Anleitung baut ihr diese Zugmaschine und diesen Auflieger. Hier guckt so eine Art Pin raus. Und auf dem Auflieger gibt es keine Möglichkeit, diesen Anhänger hier festzumachen. Da war ich etwas verwirrt. Aber die Anleitung bzw. der Karton... Ne, die Anleitung klärt mich dann auf, wie ich dieses Problem lösen werde. Also wir können Auflieger, also diesen Trailer hier, mit der Zugmaschine verbinden. Ja, rollt vorwärts, rollt rückwärts, hat überdimensional einen großen Rückspiegel. Aber ist natürlich auch richtig. Man liest regelmäßig, dass irgendwelche Fußgänger oder Radfahrer von LKWs überfahren werden. Ihr habt hier Türen drin, die ihr auch öffnen könnt. Da könnt ihr dann auch probieren, eine Minifigur reinzuquetschen. Ich habe meine Minifigur, die hier drin sitzt, ich habe mir mal den Joker genommen, über das Dach reingesetzt. Bin ich viermal so schnell, als wenn ich es probiere, durch die Tür zu quetschen und dann auf den beiden Noppen festzumachen. Minifiguren sind im Z nicht bei, da ich weiß nicht, ob Kasi eigene Minifiguren hat und wenn, sind sie wahrscheinlich zu dicht an Lego dran. Und da diese Z auch für Deutschland umgelabelt wurde, sind hier keine Minifiguren bei. Aber die handelsübliche Lego Figur, Sluban Figur, Kobi Minifigur, könnt ihr wunderbar dafür verwenden. Zugmaschinen, dann zum Schluss auch in der Bohrenleitung baut ihr diesen, ist das ein Kran, ich nenne es einfach mal Beförderungstransportumlagerungseinheit. Da habt ihr so einen kleinen Wollfaden dran, der so ein bisschen schwierig ist durch die Löcher zu kriegen. Ich muss sie nochmal wieder aufschneiden und wieder verbinden, aber ansonsten, wenn ihr das zusammengeknüppert habt, funktioniert das hier einwandfrei. Hier oben diese Kabine, wo der Kranführer, ich weiß, am Hamburger Hafen gibt es die Dinger auch und da gibt es extra Bezeichnung für diese Leute, die da drin sitzen und hin und her bewegen, falls jemand weiß, schreibt mir rein. Jedenfalls, hier ist auch ein Sitz drin und hier passt auch eine Minifigur drin, passt ohne Minifigur drin, hallo Wörter. Da passt natürlich auch eine Minifigur rein, könnt ihr dazu machen, könnt ihr spielen, funktioniert einwandfrei. So, im Set liegt ein Schienenkreis bei, ein paar Flexschienen und Weichen und dann könnt ihr so einen vorgegebenen Oval mit zwei Weichen bauen. Ihr könnt aber auch eure Fantasie freien Lauf lassen und könnt auch diese Schienen mit Mold King Schienen oder mit Lego Schienen oder mit sonstigen Lego Schienen, die kompatibel sind zu Lego zusammenschustern und erweitern. Ja, das ist hier ganz einfach zusammengesteckt, das ist besonders funktioniert. So, dann kommen wir mal zum, ich glaube, das ist der erste Waggon, den ihr baut. Finde ich ziemlich cool, diese Kabelrondel hier, die ist nur so hochgelegt. Ist jetzt einfach konstruiert, ist jetzt ziemlich besonders. Wir sind hier auch bei der 6 Noppenbreite, ich persönlich finde rein optisch 8 Noppen schöner, weil ich finde bei 6 Noppen, besonders bei den Lokomotiven, die sehen immer so gequetscht aus. Also, vielleicht habe ich einfach nur einen Knick in der Optik, also mir gefallen die 8 Noppen besser. Die Räder hier unten, da war ich erst ein bisschen irritiert, weil ihr macht diese beiden, die jeweils zwei Laufräder auf so einer Metallachse fest und die Räder auf der Metallachse halten wirklich nicht gut. Ja, also so ein bisschen wackeln und sie fallen ab und da war ich dachte mir, oh Gott, wie soll denn dieser zu, gehen wir als einen Meter fahren. Aber, ihr klemmtet dann praktisch in diese Stelle rein und dann haben die Räder praktisch gar keine Möglichkeit mehr zu verschwinden oder locker zu sein. Das heißt, nicht täuschen lassen, wenn ihr jetzt die Achse in die Räder steckt und denkt, oh Mann, das fällt ab. Nö, fällt es nicht. Wenn jetzt so wie hier in diesen Wagen teilen drin ist, dann funktioniert es. Das sind die Boggyplates, sind hier auch Boggyplates, erklärt mich auf. Gut, dann, danach baut ihr diesen, ah, der wird jetzt wichtig, Moment, den packen wir mal zur Seite. Oder machen wir erstmal diesen, äh, diesen Waggon hier, da sind, äh, drei Sandsäcke drin. Da war ich erst irritiert, weil ich dachte, Moment, die ist doch eine, eigentlich ein Diesellok. Wozu braucht die so einen Tender? Und wozu hat die Sand drin? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach nur ein Transportding, aber wozu sollte man so einen kleinen Waggon bauen? Äh, jemand, der sich mit Eisenbahn auskennt, sagt mir Bescheid. Vielleicht brauchen die den Sand zum Bremsen. Haben Straßenbahn nicht so einen Sand drinnen, so viel Notbremsung, damit die mehr Grip haben? Äh, gefährliche Halbwissen wird besser weiß, bitte reinschreiben. So, dann baut ihr den hier, den Tank-Waggon. Äh, äh, ach, das sind hier Formteile, große Teile. Der ist innerhalb von fünf Minuten gebaut. Wie gesagt, also ich sag mal, den Teil hier baut ihr in maximaler Stunde zusammen. Ja, dann seid ihr fertig, ne? Kinder wahrscheinlich ein bisschen länger, aber das Schöne ist, ähm, sie können auch erst den Waggon bauen, dann die Zugmaschine oder den Waggon. Also sind auf jeden Fall damit eine Weile beschäftigt. Die Anleitung ist auch super. Sie ist manchmal etwas, wo du denkst, ah, okay, jetzt soll die, diese Teil, was ich vorher gebaut habe, ist jetzt plötzlich rangebaute. Zum Beispiel baut ihr, hier bei der Lokomotive baut ihr diesen vorderen Teil und der ist dann plötzlich dran. Ja, aber ich sag mal so, oh, ich krieg wieder Nachrichten. Mit ein bisschen Hirn kriegt ihr wunderbar hin. So, und diesen, ähm, Tank hier, den kann man abmachen. Der ist hier nur ein, eins, zwei, drei, vier Noppen fest. Und jetzt, ne, die schlauen Füchsen durch Ahnen ist es wahrscheinlich schon. Bleibt stehen. Rollt übrigens sehr gut. Äh, kann man den hier jetzt so rauf machen und dann kann man, hier unten sind nämlich, äh, Plates verbaut, beziehungsweise die Unterteile haben Löcher. Ja. Bleibt stehen. Könnt ihr jetzt, zu sagen, hier. Haha. Ja. Funktioniert. Und dann könnt ihr praktisch mit dem Ding, also mit dem Tankzug, das transportieren und, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Und dieser Tank hat hier oben so eine Art, äh, so ein Stein hier dran, wo oben so ein Loch ist. Und ihr werdet's, ihr werdet's nicht glauben, der passt an den Haken hier ran. Das heißt, ihr könnt, also eure Kinder, wer auch immer, oder eure Verwandten, oder wenn ihr einen begabten Hamster habt, kann der auch einfach diesen vom Zug abheben und praktisch hier abheben, dann rüberfahren und auf den, uah, wollte übrigens sehr gut, äh, Tanklaster aufheben. Großartig, oder? Simpel, einfach, aber ich weiß, dass Kinder sich damit der eine stundenlang, der andere vielleicht eine halbe Stunde lang beschäftigen können und Spaß haben. So, äh, dann kommen wir mal zur Hauptattraktion, der roten Diesellokomotive. Äh, bei mir hier fehlen zwei Teile, die habe ich aber weggelassen, weil bei mir ist der Batteriefahrer, ich habe es einfach abgeschraubt und dadurch passt es nicht genau, wenn ich es wieder zusammenschrauben würde, würde es passen. Aber da ich es hier nur für Vorführungszwecken bzw. Testzwecken brauchte, äh, habe ich da jetzt keinen großen Wert gelegt. Ich werde die auch wieder demontieren bzw. in den Stücken wieder zurückgeben, da, wie gesagt, ich sollte ja nur gucken, ob diese Lok, äh, sich gut bauen lässt bzw. Z. Und, ähm, vier Lokomotive braucht man am längsten, die ist eher kompliziertesten von dem allen, würde ich sagen. Und, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass, äh, Papa oder Mama dem Kind oder halt dem begabten Hamster hier einfach helfen muss, bei ein, zwei Sachen, sie dann zusammenzukriegen, damit man die Noppen genau trifft und damit da kein Frust aufkommt. Das ist jetzt, ich sag mal, eine Lego-Lok baut sich einfacher auf, aber das ist ja auch leicht, also ein bisschen schwerer als Lego, aber das funktioniert. Ihr habt hier auch so eine, so eine, so eine Roboterarme, die hier so eine Art die Stänge halten, die finde ich ein bisschen lästig, weil, äh, die werden ziemlich zähnlich rangebaut und ihr quetscht die wieder ran, dann quetscht ihr wieder raus. Ich tippe mal beim Spielen, wenn die sowieso irgendwann dann verschwinden. Ansonsten habt ihr hier einen grünen Knopf, da drückt ihr drauf und dann habt ihr, ihr merkt schon, Saft drauf. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon Bilder eingeblendet habe oder jetzt gerade Bilder eingeblendet habe, sie fährt. Ich hab schon einen kleinen Kreis aufgebaut, fährt ohne Probleme, ich musste die Batterien wechseln, weil sie ein bisschen lahm waren, dann hab ich die Batterien eingelegt und dann hat die ordentlich zunahm. Die Sache ist, ihr müsst den grünen Knopf drücken, dann habt ihr Strom. Daneben ist so ein bischfarbener Drehknopf, an dem stellt ihr praktisch vorwärts und rückwärts ein und ein bisschen die Geschwindigkeit. Das Wort. Ihr müsst also, oder eure Kinder, oder auch der begabte Hanfster, halt immer den beim Pahn. Achso. Einen grünen Knopf drücken, dann hält die Lok an bzw. fährt weiter. Ich glaube, man könnte auch eine Akkubox einbauen. Also so einen Empfänger. Gibt es ja von Moldking oder von Cara, dann könnt ihr die doch steuern. Aber ist die Frage, ob ihr wollt, ob ihr nicht wollt. Zum rudimentären, einfachen Spielen reicht diese Funktion vollkommen aus. Noch irgendwas vergessen? Achja, dieser Zug hier oder bzw. Lokomotive hätte eigentlich ein Beleuchtungskit. Wird in der Anleitung auch gezeigt. Wird auch gezeigt, wie man verbaut. Das ist schon mal sehr vorteilhaft im Vergleich zu Moldking, die einfach nur sagen, jetzt kommt Beleuchtung. Habe ich aber nicht. Da ich diese Z ja schon, diese Z praktisch schon mal angeschaut wurde und jemand sich die Beleuchtung angeguckt hat und dann jemand anders gezeigt hat und dann hat man sie irgendwo hingelegt. Dann hat man gefragt, hast du sie zurückgepackt? Nein, ich habe sie da hingelegt. Dann vergehen so Wochen, Monate und niemand weiß mehr, wo die Beleuchtung ist. Jedenfalls diese Z hätte eigentlich eine Beleuchtung und würde auch, wenn ihr den Strom gebt, würde die Lokomotive leuchten. Leuchten hier vorne an den beiden Roundstarts, den Trends Clear Roundstarts. Trends Clear durchsichtig. Ja, das war's. Derjenige, der mich bat, es zum Testen aufzubauen, dem werde ich sagen, kann ich weiter empfehlen. Das ist wirklich für Kids, ich sag mal, das wurde mal verkauft für 69,95. Das ist ein super Preis und ich weiß, dass gerade der Johnny von Johnny's World seine Sets von Kasi, also seine von Kasi für steingemachtes hergestellten Sets, für unverschämt günstige Preise, inklusive also noch mit Schienen dazu, wirklich rausballert und dafür kriegt ihr wirklich tolle Sachen. Ein tolles Set, da gibt es noch einen Militärzug, da gibt es noch einen blauen Zug, da gibt es noch eine kleine Lokomotive, verschiedenste Züge hat Kasi da im Angebot. Die laufen, also die funktionieren super. Daumen hoch. Also wenn mich jemanden fragen würde, bevor ich jetzt hier diese komplizierten Lokomotiven hier mit diesen Antriebsstangen holen würde, hier ganz einfach, fährt vorwärts, fährt rückwärts ohne Probleme. Die Magnetkupplung, die hier dran sind, halten wunderbar, da fällt nicht ab, der verliert keine Züge. Auf den Reifen hier unten. Reifen? Ne, Lokomotiven haben keine Reifen. Die haben Räder, ne. Auf den Rädern sind Gummis. Hier auf dieser, auf der Antriebseinheit. Vier Stück. So eine weißen, die werden mitgeliefert, die macht ihr rauf und dadurch kriegt die halt Grip. Funktioniert. Einwandfrei. Ja. Daumen hoch. Wenn ihr eine günstige Lokomotive, also mal ein Set sucht, die Lokomotiven von Kasi. Achso, Klemmkraft der Teile ist auch gut. Das hält hier alles wunderbar. Ich hatte hier nur eins, eine Plate war hier, hups, megamäßig verbogen. Nachdem ich sie hier festgemacht habe, war sie wieder fest. Ja, das soll es auch gewesen sein. Welcher Maßstab, das weiß ich nicht. Ich habe hier mal einen Sluban-Panzer, der ist 1 zu 35. In dem Maßstab ist es auf jeden Fall nicht. Ja, das war es. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ich weiß noch nicht, weil ich als nächstes Mal, ah ja. Am Sonntag mache ich, wenn ich schaffe, ich habe gerade leider sehr viel zu tun, mache ich endlich zwei Jahre Lego, Kobis, Luban, Wange und Cumansets in freier Natur. Liegt seit zwei Jahren da draußen. Stehen habe unter Sonne, Regen, Wetter, Waschbärenangriffen. Wenn wir mal schauen. Ich bin wirklich sehr beliebt. Wenn wir mal schauen, was daraus geworden ist. Ansonsten wartet, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und das ist ein guter Zug. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.